Weg machen. Und das ist Snoopy. Deswegen hat er gesagt, wir müssen uns einig werden. Du willst Snoopy. Warte, kommt noch ein bisschen was zu dem Wasser. Einfach, wenn der Vogel abspringt, den Arm ausstricke. Und jetzt den Zug. Super. Den Ellbogen dran. Das wird sonst schwer. Super. Wie gesagt, dieses Zittern ist alles andere als besorgniserregend. Wenn er nicht zittern würde, dann würde er nicht besorgen. Der hat kein Problem mit Sonnenbrillen oder was? Der oder die? Eine Sie. Es ist zwar Snoopy, aber es ist eine Sie. Du dürft aber nicht durchdrehen, oder? Ja, ich merke es. Jetzt bist du. Jetzt bist du. Ja, super. Du hast den Druck gespürt. Aber nicht die Spitze. Ah. Du kannst dich nicht am Bauch erwischen. Kannst du dich am Bauch erwischen. Kannst du dich am Bauch erwischen. Kannst du dich am Bauch erwischen. Kannst du mir ruhig ein Stückchen Bauch rauswischen. Manchmal weniger erwischen. Ich glaube, du genießt das auch, oder? Ich glaube, man sieht was von der Landschaft. Muss ich aber selber nicht bewegen. Was? Wo wird mir eins tun. Ja, sicher. hinterher gallener Deale. Na certainty, du bist nicht am Bauch. dass du gewisse Jebons Greengeln erschaffen. Bis zum nächsten Mal.